trocken sehr schön mehr anzüge das ist das fenster von außen gesehen haben sieht aber auch ziemlich mitgenommen aus hier aber wenigstens nicht diese komischen das war schon so wie so ein blau leuchtender roboter hat der roboter geschrien wie ein mensch oder war der mensch war der kathrin kathrin Guck mich nicht an, guck mich nicht an. Das sind Gleise. Also Kassel ist hier und das Ding ist auch hier. Wow. Ist das da lang, oder? Oh nein. Nein. Nein bist du nicht, du bist wieder ein durchgeknallter Roboter, der glaubt, er wäre ein Mensch. Wie die Kahl Einheit da. Nein, 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 nein. Ich fühle dich nicht. Könnte ich unbedingt was machen? Ähm, ich müsste an hier vorbei. Ich glaub der Roboter hat irgendwie Kontrolle über das Terminal. Simon, hier. Hallo. Nein, nicht du auch. Du? Ich dachte wirklich, dass du ein Mensch warst. Keine Ahnung. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich kann es nicht mehr nehmen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Das ist... Alles ist falsch. Ich verabschiede. Ich bin ein Mensch. 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 Warum ist ein Robotschip für eine Türöffner? Es ist standardisiert. Äh, Catherine? Alright, lass uns das mal probieren. Ja, okay. Das ist also Catherine. Lucorum Peace ist aber nicht unser Omnitool, ne? Wir haben nur ein einziges davon. Oh. Oh. Sorry, Jane. Oh, das fühlt sich so weird. Ich bin mit dem Omnitool? Danke. Also, was das Projekt ist? Mein Projekt? Oh, ich habe alle die Leute auf der Station als brain-scans und sie in eine Artifische Welt. Wir haben ihn in die Welt gesammelt. 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 Es war nur ein kleines Projekt, aber es ging sehr ernst. Nach dem Kometen herausgekommen. Dann wurde es plötzlich sehr wichtig. Es wurde offensichtlich der Ark. Das ist gut. Wie weit hast du? Ich weiß nicht. Das Version von mir, die ich bin. Es kam aus einem Schaden, die ich sehr früh gemacht habe. Die Katrin, die sehr gut hat, hat sich das Projekt und eröffnet. Ich glaube, sie könnte sogar noch sein Leben sein. Oh. Wunderschön. Also, die Talking Robots, sind sie auch Schaden, wie du gemacht hast? Sie sind, aber ich wundere mich. Ich würde viel mehr Sinn, wenn das passiert. Oh, okay. Was ist passiert? Ich habe ein paar Daten aus dem Backup-Server gestalten. Das sollte uns alles sagen, was wir brauchen. Oh. Können wir mich ein favorit machen, und gehen in die andere Runde und schauen? Ich sehe nicht, dass ich die Daten in dieser Kondition kann. Ich muss wissen, dass die Ark sicher ist. Klar, Kath. Danke. Ich werde die Tür für dich unlocken. Was wurde vorhin gesagt? Du bist aus Toronto? Ja, ich ging einfach für einen Gehirnscan, und plötzlich bin ich hier. Woher bin ich? Das macht keinen Sinn. Wie? Warum? Warum bringen wir diesen Scan aus Toronto? Du denkst, das ist wunderschön? Was, wenn ich dir sagen, es war in 2015? Wow. Ja. Okay. Das hat jetzt noch mehr Fragen aufgeworfen. Das heißt, der Roboter, der dachte, er wäre Karl. War wirklich Karl. Aber nicht wirklich Karl, sondern nur ein Backup von Karl. Das heißt, er hat sich gar nicht böswillig ausgegeben als Karl. Er dachte wirklich, er wäre Karl. Das ist nicht so, egal. Das war's. Ich habe mich immer noch nicht, wie du hierher bist. Zwei. Ich würde mich wirklich an wissen, wie du als Canadian nach dem Boden warst. Konsequen! Ich glaube, es ist Zeit! Du hast ihn gebraten! Ich glaube, es ist Zeit. Mache dir, es ist Zeit! das ist überhaupt richtig das zimmer nebenan oder da versucht einer reinzukommen sollen weg das ist das ding wo wir reinkommen sondern meinungsumfang wald ja sind Sie über das ark auf das erste ich konnte nicht wirklich sehen das zu Ende aber dann dachte ich warum wir nicht ich meine wenn wir können wir sogar nur ein klein Stück von uns selbst warum wir das nicht so also Sie sind das ich glaube es ist wirklich wichtig das 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 5,11 Quadratkilometer modularer Raum das 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 heißt das gehirn wird gescannt in daten umgewandelt die daten werden hochgeladen das sind die ganzen specs oder die helfen uns nicht idealer arg orbit außerhalb von venus wegen strahlung oder wahrscheinlich untersuchung willkommen wenn sie das lesen haben sie es in die archiv geschafft diese umfrage soll den entwicklern ein besseres verständnis ihrer subjektiven erfahrung geben und wie sie ihr wohlergehen verbessern können bitte fahren sie mit der umfrage fort wir würden sie ihren physischen zustand beschreiben nämlich gestärkt eine bessere version meiner selbst nämlich fremd für mich falsch wir sind nicht in der arche wir wir wollten nachgucken wir sind lambda das ding ist irgendwo rechts von uns wir zurück ich existiere nicht mehr existieren wie ich kann normal nicht auswählen für mich ein wenig verändert also simon hält sich schon also die meisten anderen menschen seiner situation hätten wesentlich extremer reagiert denke ich mal gerade die geschichte mit amy hätte ja mehr darauf reagiert also er ist schon komisch wie würden sie ihre wahrnehmung beschreiben oh warte das eine war physisch und das andere psychisch äh physisch und das andere war psychisch das eine frage haben wir jetzt falsch gemacht aber hey das ist eh nur eine umfrage für wenn man drin wäre wie würden sie ihre wahrnehmung beschreiben ähm normal würden sie ihren neuen zustand beschreiben das fühlt sich ein bisschen falsch an ja wohin durch sie die tatsache dass sie nicht länger rein menschlich sind ich fühle mich ganz gut danke wie nehmen sie ihre neue existenz wahr also woher wir hier sind und wir wissen wir sind irgendwo im unterirdisch in der station und es ist angeblich das 2 jahr 2100 aber es fühlt sich alles falsch an ihre neue existenz sind wir aber es fühlt sich halt komisch an finden sie dass die neue existenz ein lebenswertes leben sein wird es ist nicht sehr lebenswert hier wo wir gerade sind nein sie ist zu weit entfernt von der realität und allem was ich kenne möchten sie lieber aus dem projekt entfernt werden und den tod akzeptieren nein vielen dank für ihre teilnahme tracker und da wollen wir hin oh das ist clever ich frage mich, ob ich daran gedacht habe funktioniert es noch nicht? ich muss wirklich wissen, was zu ihm passiert ich denke so es tut zumindest etwas wo ist es? warte, ich versuche es zu finden bitte, ich bin sicher ja, ist noch hier ist noch nicht in der umlaufbahn oh wir sind in lambda ähm, es war raus und rechts rum, ne? also ich irgendwo wahrscheinlich in einer der anderen Stationen ja, ein Tau in viel ist die Abschussanlage denke ich zumindest oh Gott äh okay, es war der wichtigste Punkt auf der Karte und da ist es auch sie ist ja kein Mensch mehr wirklich so es ist kompliziert ähm, sie ist momentan nur ein Chip das können sie einfach mitnehmen ähm Ja, ich habe gerade versucht, dich wieder zu finden. Das war hier in einem anderen Raum. Gott, das sieht so makaber aus. Hi, Klaas, man. Wenn das Ding nicht diese komischen Wucherungen dran hätte, wäre Simon wahrscheinlich wesentlich wohler bei dem Ganzen. Ja, auch das Interface ist komisch verstört jetzt. Hey, Catherine. Also was immer mit Simon passiert ist, er ist wesentlich abgestumpfter, als er es vorher war. Könnte man auch auf Trauma schieben, aber nein. Er hinterfragt nicht so viel, wie er hinterfragen sollte. Und akzeptiert einfach, dass er gerade ein Mensch, Nicht-Mensch mit sich rumschlägt und das Großteil der Menschheit ausgerottet ist, scheinbar, von dem Meteor. Also hier war das Ding, oder? Naja. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder raus, wo wir reinkommen sind und dann zu dieser Kapsel gehen und gucken, ob wir die Kapsel irgendwie zum Laufen bekommen. Das heißt einfach nur komplett raus. Und da vorne ist die Kapsel auch schon. Vielleicht kann Casper jetzt irgendwie da reinhecken oder so. Uh, ha, what? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Okay. Okay. Wir sind immer auf Level 3. Heißt, wir suchen jetzt ein großes Schiff, wo mehr von diesen Dingern drin sind. Bist du ein netter Roboter? Du bist nicht rot. Wir fühlen uns schon wieder komisch. Wollen wir das Spur auslegt? Warum nicht? Oh. Oh. Das sah wie ein Mensch aus, oder? Mensch ohne Tauchanzug. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt ist alles wieder hoch. Oh. Hier ist keine gute Übergang, um den Druck auszugleichen und das Wasser auszupumpen, wie sonst Hier ist alles für den Allerwertesten Ist auch schon vollkommen übersied mit Pocken und Algen Hier geht es schon wieder raus Wir wollen eigentlich im Schiff selber nach so einem Shuttle suchen, oder? Oder nicht in dem Schiff Also es sieht relativ groß aus aber nicht als wenn es ganz viele von diesen kleinen Dingern da tragen könnte Schön zusammenreißen, Simon Nicht hingucken Nicht hingucken Das war aber nicht dieser komische blaue Roboter, oder? Das sah echt humanoid aus Da verschwindet er immer wieder Also es ist gut, dass er das tut, aber Immer in Richtung rotem Licht Da oben so ein bisschen Hier ist eben eine größere Struktur Das ist ein Hai Ja, ab rein, ne? Oh, das war doch ein Snäckbein Ja, komm Ja, okay Simon hat nicht wirklich eine Wahl Aber wir gehen gerade immer weiter nach oben Wenn ich ein Shuttle wäre, wo wäre ich in so einem Schiff? Vor allem wenn es Das Schiff wäre normalerweise ja auf dem Wasser Dass die Shuttles dann unten Dass sie quasi runtergehen können Kann Katharons überhaupt hören gerade? In dem Chip? Wenn sie nur am Tool ist Können vielleicht aber antworten Scheinbar nicht Wobei es vorher auch schon so den Es kam so rüber, als wenn sie sich In den Momenten, wo sie in dem Tool ist Gar nicht dran erinnern kann War ein nahtloser Übergang Von dem einen Computer zum anderen Computer Oh Also eins von diesen Dingen ist definitiv hier drin Eine Die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017